Moin moin, ich habe das Video gerade schon mal aufgenommen, allerdings ohne Sound. Das ist ein bisschen suboptimal, da konntet ihr nichts hören. Egal, zweiter Versuch, moin, heute ist Tag Nummer 5, es geht gut. Ich habe heutiges Gewicht sind 111,4, also minus 600 Gramm, mal wieder. Läuft. Eine schnelle Sache eben, ich habe den eben schon mal auseinandergebaut hier im Video, den guten Wasserfilter, wurde hier angesprochen im Forum. Ich zeige mal eben ganz schnell, man kann das Ding hier rausnehmen, also so sieht der ja aus, dann hat man hier das Teil mit dem Filter drin, das kann man rausnehmen. Und dann sieht man hier sehr schön, was da alles so drin bleibt. Und das ist halt nur außerhalb des Filters, der Filter selbst ist ja hier das Ding da drin. Das heißt, in dem Filter selbst wird wahrscheinlich noch mehr Kladderadasch sein. Und möchte ich nicht unbedingt zu mir nehmen. Ich weiß, ich habe auch schon geschrieben, ist wahrscheinlich nicht giftig oder so, aber irgendwie muss nicht sein. Nee, muss nicht. Ja, das dazu. Dann eine kleine Planänderung aufgrund meiner Doofheit. Ich bin, ich habe noch eine Vierteldose Alma und dachte natürlich, ich habe in meinem Vorratsschrank hinten in der Ecke noch zwei Dosen stehen. Habe ich aber nicht. Ja. Wollte ich mir eigentlich Neues kaufen, habe mir aber dann mal die Preise angeguckt bei Apotheken hier in der Gegend. Das kannst du knicken, das ist mir echt zu teuer hier. Und habe es mir jetzt mal auf Amazon bestellt, bestellt getan, weil Wägen ist günstiger. Und habe mir auch nebenbei so gedacht, ich führe einen Ladetag ein. Aus zwei Gründen. Einmal, man hat etwas, worauf man sich freuen kann. Also es ist mir, ist jetzt nicht so, dass es mir schwer gefallen ist, die Tage mit Alma. Aber trotzdem, wenn man abends mal ein bisschen fern guckt, da ist es ja zu geballert mit Futterwerbung. Und irgendwie, man hat dann irgendwas, worauf man sich fokussieren kann die Woche über. Und zweitens aus dem Grund des Stoffwechsels, weil, ihr wisst ja sicherlich alle, wenn man so ein bisschen rumfastet, dann gleicht sich der Stoffwechsel an, weil der Körper denkt, nein, Hunger ist not, Hilfe, ich muss unbedingt Stoffwechsel runterfahren. Und bla, ja, scheiß Körper. Aus diesem Grund, wenn man dann einmal die Woche mehr oder weniger normal isst, dann sollte sich das geben mit dieser Stoffwechselunterfahrung. Ja, deswegen war ich vorhin einkaufen und ich habe mir tatsächlich eine Aldi-Tiefkühlpizza gekauft und ein paar Brötchen zum Frühstück. Brötchen waren echt lecker, Pizza kommt nachher noch. Und, ja, morgen werde ich wahrscheinlich wieder Glaubern, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich habe noch ein bisschen Glaubersalz und vielleicht werde ich einfach mal halbe Menge nehmen oder so. Man sollte es ja eigentlich auch nicht zu oft machen, so abführen. Ja, extrem abführing. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das morgen mache, je nachdem, wie schwer es mir fällt mit dem Alma wieder, weil ihr wisst ja auch, durch das Glaubersalz und so ist der Hunger nicht so gegeben, weil Magen-Darm-Kram leer ist. Ja, das ist die große Änderung. Also einmal die Woche, also am Wochenende Ladetag und dann Sonntag wieder so langsam auf die Alma-Schiene, dann die Woche über Turbo und am Wochenende wieder Ladetag und so weiter und so fort. Möchte ich erstmal so durchziehen bis Uhu, hatte ich ja schon erwähnt. Danach sehen wir mal weiter, mal gucken. Ja, bin eigentlich guter Dinge, dass das gut läuft. Also ich hatte jetzt ja in fünf Tagen zweieinhalb Kilo runter. Ist natürlich viel Magen-Darm-Inhalt oder so, also sind wahrscheinlich unterm Strich irgendwie ein halbes Kilo abgenommen. Und wenn man es nicht übertreibt am Wochenende, dann sollte das eigentlich auch nicht so doll reinhauen. Ja, das war's auch schon. Den Filter hatte ich gezeigt. Ja, dann hoffe ich mal, dass der Ton diesmal da ist und auch gut zu hören ist. Und, ähm, ach ja, meine Kamera habe ich jetzt, oder beziehungsweise meinen Monitor habe ich jetzt ein bisschen runtergesetzt. Jetzt bin ich auf Augenhöhe mit der Kamera. Das ist schon angenehmer, als immer so nach oben zu gucken. Tjo. Das war's. Dann gucke ich hier mal, wo ist der Ausknopf, da ist der Ausknopf. Dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich morgen ein Video mache oder ob ich mir sonntags immer mal freinehme, mal sehen. Seht ihr dann ja morgen. Und, ähm, die nächste Änderung ist, ich werde die Videos ab jetzt immer um 18 Uhr hochladen. Nicht mehr um 16 Uhr. Ähm, ja. Ist so. Ja, dann sehen wir uns morgen oder spätestens am Montag um 18 Uhr. Ja, bis denn. Macht's gut. Tschüss.